Manchmal braucht man so Tiefpunkte im Leben, damit man wieder merkt, was wirklich wichtig ist oder was einem gut tut und was einen glücklich macht und so. Ich habe Frauen einfach immer vertraut, weißt du, ich hatte noch nie dieses Konkurrenzgefühl so. Ich habe immer so gehört, ah, Frauen sind ja immer so konkurrenzmäßig und so. Ich dachte immer so, hä, das stimmt gar nicht so. Ich verstehe mich mit meinen Freundinnen so gut. Wir sind nie so, dass wir uns gegenseitig was nicht gönnen. Wir helfen uns gegenseitig, dass jeder die Geilste ist, weißt du. Und da bin ich dann halt ein bisschen auch auf die Fresse gefallen. Und daraus habe ich wirklich gelernt, einfach mal mehr so auf seine eigenen Wünsche Wert zu legen, weißt du, und nicht nur auf die anderen zu gucken.